Hey Leute, hier möchte ich jetzt für euch nochmal ein ganz kleines Video über Xaku machen, beziehungsweise mehr oder minder über ihn. Es geht einfach darum, dass ein Rewerk für ihn schon geplant ist. Und deshalb möchte ich auch direkt schon mal sagen, ich habe ja in meinem letzten Ersteindruck-Video gesagt, dass ich den Frame absolut nicht gut finde, aber Mitte nächste Woche eigentlich nochmal ein neues Video über ihn machen wollte, weil ich dachte, bis dahin kämen kleine Changes. Aber das wird jetzt von mir auf unbestimmte Zeit verschoben, weil ich zeige es euch hier gleich noch im Devstream von gestern. Da haben die halt gesagt, dass momentan sämtliches Feedback gesammelt wird, also Twitter, Reddit, Discord, Forum. Das heißt, wenn ihr irgendein Feedback habt, postet das auch irgendwo, damit ihr eh das sehen kann. Und nachdem alle Plattformen den Frame haben und auch die Spieler, die in sich normal farben, den Frame lang genug testen konnten, dann wird ein kompletter Community-Workshop aufgemacht. Das bedeutet, das kommt normalerweise nur, wenn wirklich große und viele Changes kommen. Mit anderen Worten, ich gehe davon aus, dass Xaku wirklich hart überarbeitet wird. Ich hoffe es zumindest. Und hören wir uns einfach hier mal gerade an, was die zu sagen haben. Also es geht jetzt knapp 45 Sekunden und danach sage ich nochmal ein paar Worte dazu, beziehungsweise vielleicht unterbreche ich. Feel and play a little different, maybe three weeks from now. What we're hoping is that we can do a Community Feedback Pass in a really concerted way. Once all the free players have Xaku, once all platforms, now that Switch has it. But there's a bit of a time gap before we're going to do like a detailed dev workshop pass on how we're going to change the, you know, usability, power level of Xaku. So if you do have feedback, you can get it to us basically however you want. Forums, Reddit, Twitter, Discord, whatever. And we will be doing changes. So expect a revision pass based on Community Feedback later. We just really need to wait for those free players and all platforms to get Xaku. So just stay tuned for that. Ja, also das ist eigentlich im Groben das, was ich gerade gesagt habe. Die sammeln momentan jegliches Feedback, das sie bekommen über jegliche Plattformen, zumindest die Standardplattformen von Warframe. Und die wollen halt wirklich warten, bis eine sehr breite Spielerbasis den Frame hat, Feedback geben konnte. Und wow, ist jetzt bei Platin. Zurück zum Thema. Ja, also mit anderen Worten, gebt euer Feedback. Seid gespannt, was da kommt. Also ich stelle jetzt jegliche Bemühungen zum Thema Xaku ein. Ich höre auf, weiter zu formern, irgendwas zu modden oder sonst was. Ich warte jetzt einfach, was kommt, weil theoretisch kann ja alles nochmal komplett über den Haufen geschmissen werden. Und es wäre wirklich schade, da jetzt irgendwelche Ressourcen drin zu versenken, die man vielleicht an irgendeiner anderen Stelle nötiger hätte. Gut, mit anderen Worten, DE weiß, dass mit Xaku irgendwas nicht so 100% in Ordnung ist, beziehungsweise, dass die Spieler ihn einfach zur Zeit nicht mögen. Und sind wir einfach mal gespannt, drücken die Daumen, dass es gut wird, versuchen so viel und so konstruktives Feedback in einer angenehmen Form zu geben. Und von daher würde ich jetzt einfach sagen, warten wir mal ab und bis zum nächsten Mal. Und da würde ich jetzt einfach mal ab und bis zum nächsten Mal.